Das ist mein Videoblog, jetzt nur noch bis Samstag oder so könnt ihr einsteigen, die aktuelle Selbstliebe-Challenge und Manifestations-Challenge. Ansonsten findest du meine ganzen Kurse rund um die Liebe auf libysche.de und kannst mir auch solche Fragen stellen wie diese, wo es mal wieder geht um das Thema, ja, oder die Frage, hält meine beste Freundin mein vielleicht etwas gesunderes Verhalten ohne Wertung nicht aus? Und die liebe Zuschauer schreibt, hallo Christian, ich möchte mich auf diesem Weg einfach mal bedanken für deine Videos. Ich habe dich abonniert, gehöre also nicht zu den anderen 50%. Ja, bitte drückt mal einmal auf den Abo-Button oder kommentiert mit einem Smiley oder ich weiß nicht, was das hilft, dem Algorithmus. Um kein Video zu verpassen, obwohl ich sie selber gar nicht brauche für persönliche Beziehungsgeschichten. Ich habe zwar keinen Partner, aber eben auch keine toxische Beziehung. Ich bin weder in Datingportalen angemeldet, noch suche ich anderweitig nach einem passenden Mann. Vielleicht laufen wir mal alle über den Weg. Ich lasse das auf mich zukommen, habe keine Eile. Warum ich deine Videos dennoch so wertvoll finde, ist, weil ich dann immer das Gefühl habe, ganz normal und richtig zu sein. Ich bin mir mit mir, meinen Kindern, Hund und Katze vollkommen happy und habe nicht das Gefühl, im Mangel zu leben. Im Gegensatz zu den Menschen, die ich kenne, nicht alle, aber sehr viele. Und das ist mein Problem. Mein soziales Umfeld war noch nie groß, was sehr okay für mich ist. Doch es wird gefühlt immer kleiner, weil ich es einfach nicht mehr ertrage, diese ganzen kranken Geschichten um mich herum mitzubekommen. Kranken in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Einer ehemaligen Freundin muss ich letztens sagen, dass ich bitte eine Pause von ihren toxischen und oder unguten Männergeschichten brauche. Ich wollte einfach nichts mehr darüber hören, nach einigen Jahren Freundschaft. Ja, das ist, wenn man so eine unter Umständen liebessüchtige, beste Freundin hat, kann das enorm belastend sein, weil, guck mal dem ganzen Manns Gesicht, man hört sich immer die gleichen Geschichten an, man sagt mal das Gleiche. Es wird nicht angenommen und muss sich dann eine Woche später wieder die gleichen Geschichten anhören, gegebenenfalls mit einem anderen Mann. Jetzt möchte ich das aber gar nicht, ich weiß, dass da ganz viele, ich war früher auch mal an so einem Punkt, also will ich da gar nicht irgendeiner Weise das bewerten oder darf man sich auch nicht drüber stellen, weil jeder ist da, wo er ist, was das Thema angeht. Vielleicht sind diese Freunde auch in anderen Themen viel weiter, aber was das Beziehungsleben angeht, sind sie eben an dem Punkt und das ist halt unglaublich mühsam. Das ist auch ein Punkt in meiner Beratungsausbildung, wo wir übrigens noch einsteigen können, geht im Oktober los. Ja, das kann, also so liebessüchtig zu beraten persönlich kann anstrengend sein, weil man manchmal das Gefühl hat, das ist doch so klar irgendwie, aber trotzdem bringt es nichts, jetzt jemandem, der akut liebessüchtig ist, zu sagen, soll damit aufhören, weil das wird ja einfach nicht. Das kommt nicht an und das kann, in so einem Beratungskontext kann man damit jetzt umgehen und das gehört sowieso dazu, aber in einer Freundschaft kann das Freundschaft auch enorm belasten. Und ich finde es richtig, da nochmal zu sagen, du, ich, ganz ehrlich, ich muss mir das jetzt wirklich seit Jahren hören, höre ich mir mal das Gleiche an. Habt ihr einfach keine Lust so, ne? Das ist eine gesunde Grenze, denke ich, ne? So, sie guckt auch seine Videos, also wie gesagt, ist alles gut, ich denke, da sind ganz viele, ich war auch mal an dem Punkt und das ist halt der erste Schritt, vielleicht die Videos zu gucken und dann kann es aber noch lange, lange dauern, bis man wirklich bereit dazu ist, das umzusetzen. Und deswegen sage ich auch immer, macht, wenn ihr wirklich was ändern wollt, guckt nicht nur die Videos, macht die Kurse, weil das wäre so der nächste Schritt, dass man wirklich ins Handeln kommt. Aber es ist total okay, also jeder ist da, wo er ist und wenn man dann noch fünf Jahre braucht, dann braucht man eben noch fünf Jahre, ne? Da gibt es keine Eile eigentlich, außer, dass natürlich in liebessüchtigen Beziehungen auch mal, das ist immer das Einzige, was man leider auch sagen muss, dass mal richtig was, kann auch mal richtig was schief gehen, richtig, ne? Also mal richtig was schief gehen und dann, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ungefährlich ist, liebessüchtige Beziehungen zu führen, überhaupt nicht. Es können alle möglichen Sachen passieren, oft auch nicht und vielleicht meistens nicht, aber man begibt sich in ein gewisses Risiko und sei es auch nur finanzieller Natur oder, ja, oder es ist seiner, der eigenen Seele vielleicht nicht gut tut, aber gut, das interessiert ja eh keinen. Und ist ja auch, ist ja auch egal, wir sind hier uns zu erfahren und jeder macht die Erfahrung, muss man wirklich gar nicht werten, die er machen möchte und dann eben vielleicht irgendwann nicht mehr möchte, so, ne? Aber, wie gesagt, in Freundschaften kann das extrem belastend sein, nur, man kann, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ne? Das ist, also, man muss, ja, wie soll ich sagen, also man muss halt oft genug auf die Fresse geflogen sein, dass man da wirklich was dran erinnern will, ne? Ja, das ist hart, das ist hart, vor allem, dass sie dann die Freundschaft kündigt, das ist schon echt hart. Klar, ihre Seite sieht wahrscheinlich anders aus, ne? Ähm, aber das ist häufig, was man dann so denkt, ist ja nicht so schlimm und, Gott, was soll man schon machen mit dem Leben? Denet man halt ständig neue Leute und fällt wieder auf die Klappe und deswegen ist das was los, deswegen ist, also passt ja auch mal ein neuer Dramakurs, könnt ja auch noch einsteigen, ähm, passt da auch zu. Also, ich glaube, der ist sogar auch noch ein bisschen reduziert, habe ich vergessen anzuheben, fällt mir gerade ein, also nutzt es vielleicht heute noch. Ähm, und, äh, ja, also das, das ist wirklich, ähm, solange man noch denkt, man hat da einen Vorteil von und diese schöne Dopamin immer wieder fühlt, ist da auch kein Rankommen irgendwie, ne? Ähm, das ist so, ne? So, ähm, Ähm, Unsere Kommunikation hatte keine Basis mehr, ich habe ihr nämlich, ich hatte, habe ihr nichts zu sagen, ich habe, ich habe, ich hätte ihr nichts zu sagen, was sie verdient, bla bla bla. Ja, ich habe mir nämlich erlaubt zu sagen, dass ich finde, dass sie das, was die Männer mit ihr machen, nicht verdient hat. Auweia, dachte ich nur und habe darauf nicht mehr reagiert. Nun kann sie weiter ungestört von Mann zu Mann naht und pausenlos springen und immer wieder auf der Suche nach dem großen Glück, ohne Freundin, die die Augen verdreht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, das, also das kenne ich auch aus meinem Leben leider, ähm, das ist wirklich eine große Nebenwirkung, der, hast du jetzt ja gar nicht gemacht, aber der Liebeschip Arbeit, dass man nüchtern wird, auf der Ebene zumindest, ähm, und dann, ähm, ja, man sieht, wo es überall hakt und toxisch ist im Leben und das kann einen, das kann einen schon richtig abfacken, so, ne? Und man kann dann auch nicht mehr reinspringen in diese Freundschaft, wenn man es einfach selber nicht mehr aushält, so, und das ist, und manchmal würde man vielleicht gerne, aber man kann es einfach nicht mehr. Und, ähm, und was man dann auch sieht, dass eben viele, die so datingsüchtig sind, die geben halt nicht viel auf Freundschaften, so, ne? Oder liebessüchtig, das ist, also sobald du die Funktion dann nicht mehr erfüllst, so eine Klagemauer zu sein, sag ich mal, äh, wirst du halt ausgetauscht, so, das, das heißt letzten Endes war die Freundschaft dann aber auch nicht so viel, wert vielleicht, und, äh, das, das ist einfach so, auch das ist, wie gesagt, gar keine Wertung, es ist, es ist einfach so, solange man in so einem, äh, Liebessuchtmuster ist, ähm, zählt nur das und Freundschaften zählen nicht viel, so, ne? Das ist, habe ich auch festgestellt, das gibt's auch sozusagen, also so ein bisschen runtergekocht, ohne dass man jetzt vielleicht direkt sagen würde, jemand ist liebessüchtig, also einfach diese Leute, die wirklich nur ein Date nach dem nächsten Date, 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 das fällt denen wahnsinnig schwierig, so richtige Freundschaften zu halten, weil das halt alles überdeckt und das kann einen als, als Freund oder Freundin, kann einen das, äh, echt richtig kränken auch und verletzen, so, wenn man denkt, ey, sag mal, das ist doch auch was wert, unsere Freundschaft, aber dann eben doch nicht, ne? Kann sehr irritierend sein, also verstehe ich absolut. Es ist alles so irre, was ich beobachte, doch im Grunde hätte ich gern wieder eine mir nahestehende Freundin, die einfach ganz normal tickt, mit gesunden Standards und altmodischen Werten. Altmodische Werte am Arsch, das Ganze war jetzt nicht so ständig eigentlich nach, denn gibt's ja nicht wenigstens ein ganz paar Menschen, die noch altmodische Werte haben, also jetzt hier in meiner Beziehung definitiv, äh, also auch, auch in der Familie gibt's altmodische Werte, aber ich lange gesucht und, ne, jeder, jeder macht's, dreht sich nur um sich, äh, wir sind in einer Zeit, wo Codemitment, Versprechen, nichts mehr, nichts mehr wert sind, weil, weil Leuten wichtiger ist, dass sie in jeder Sekunde frei entscheiden können, was sie machen, weil, warum soll man sich festlegen auf irgendeinem Versprechen oder, äh, ne, es wird, wird ja meine persönliche Freiheit eingeschränkt, dann scheiß ich lieber drauf, ja, und wenn man es nicht selber auch irgendwann macht, kommt man nur unter die Räder, so, äh, beziehungsweise ist total frustriert, dass man sich selber bemüht, irgendwie Sachen einzuhalten, aber, ähm, ja, weiß auch nicht, äh, ob das so ein Generationsding ist, ob das einfach, ich meine, klar, ich werde auch älter, ob das nochmal so einfach so ist, das ist jetzt der Gang der diese Dinge, dass das heutzutage nichts mehr zählt, aber drauf geschissen, also, ich, in meinem Umfeld finde ich das wichtig, aber man findet das extrem selten, ne, obwohl sich das eigentlich angeblich immer alle wünschen, aber, naja, wo gibt es diese Leute noch, das darfst du mich nicht fragen, das, ähm, rückblickend war meine, äh, Freundin auch eine toxische Beziehung auf freundschaftlicher Ebene, ja, das glaube ich dir, ich musste ihre Storys über enttäuschte Männerbekanntschaften ertragen, durfte aber nur Ja und Arm sagen, musste mir oft auf die Zunge beißen, und das ist nur ein Beispiel, so, dass ich echt aufpassen musste, nicht anzufangen, an mir und meinem Verstand zu zweifeln. Leute wie du, ähm, in meinem Umfeld täten mir echt gut, danke, danke, vielleicht hast du einen guten Tipp, wo ich diese finden kann, und so lange feiere ich deine Videos, die tun mir wirklich gut. Äh, danke nochmal, liebe Grüße, PS, ich freue mich schon auf deine Lesung, ähm, ähm, im August, wo ich auch hinkommen werde, einfach so, ähm, also ohne die Freundin ist da wohl gemeint, ähm, ja, gut, dass du mal die Lesung erwähnst, äh, vermute mal, das ist die in Berlin, da gibt es dann auch noch, ähm, haben wir neu eingestellt eine in Frankfurt, da müsst ihr nur bitte einmal auf den Link klicken, weil die über einen anderen Veranstalter verkauft wird, dann haben wir jetzt noch eine zweite in Berlin, wir haben eine in Hamburg, und, äh, guckt immer mal wieder drauf, bald kommen, müssten da noch kommen, Köln, hoffen wir, Düsseldorf, hoffen wir, dass das klappt, ähm, München wird sicherlich klappen, äh, Wien wird sicherlich klappen wieder, kann aber alles noch ein bisschen dauern, das Buch kommt ja im September raus, äh, was haben wir noch geplant, also wenn ihr sonst noch irgendeine, in einer einigermaßen großen Stadt persönlich eine Location, nicht nur, ach, das ist eine geile Location, sondern, ja, ich weiß, wer das macht, und der hätte, das ist auch, kostet jetzt nicht ein Vermögen, und da werden auch Lesungen gemacht, äh, schreibt uns gerne an supportedbibelschip, ähm, .de, es ist wirklich, man kriegt graue Haare darüber, so Veranstaltungsorte zu finden, die auch einigermaßen funktionieren, sag ich mal, wir machen halt jetzt viel mit Mindspace, das, die sind halt nicht in der Stadt, das klappt super gut, ähm, aber wenn ihr auch nochmal was hört, und dann, äh, basteln wir tatsächlich an der Ostseeküste, Albeck, da basteln wir gerade dran, aber gut, guckt immer mal wieder drauf, aber erst mal, vielen Dank an dich, und danke, das, äh, danke auch an alle, die meine Videos gucken, damit meinen Kanal unterstützen, die jetzt nicht sagen, ich habe, ich, ist, ähm, unterhält mich einfach nur, und, ähm, seid auch, äh, herzlich willkommen, ähm, und, genau, ich denke, hab genug gesagt für heute, kommentiert gerne, was ihr dazu denkt, und wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020